Servus Leute, hier ist euer Game. Wir führen heute immer wieder zu einem kleinen Video von FIFA 13 Ultimate Team. Heute zeige ich euch ein Squad-Bild von Bundesliga-Team. Hier, ich spiele in der 4-3-1-2-Aufstellung. Wie ihr hier unten sehen könnt, habe ich schon ein zweites Team. Das habe ich im anderen Part schon vorgestellt. Das war aber in FUTwiz.de und hier macht ihr es mal in einer Web-App. Ich habe für dieses Team ungefähr 10.000 bis 15.000 ausgegeben. Warum, werdet ihr es gleich sehen. Also fangen wir mal mit dem Torwart an. Hier habe ich Ter Stegen. 78 Hechten, 80 Beisicherheit, 79 Abschlag, 75 Reflexe, 72 Geschwindigkeit und 78 Position. Im rechten Verteidigung habe ich den Back, 79 Tempo, 49 Schuss, 70 Pass, 70 Kopfball, 42 Verteidigung, 70 Dribbling. Ist ein recht guter Verteidiger. Also ich spiele hauptsächlich, ich spiele eigentlich immer nur Offline. Und ja, in der Innenverteidigung habe ich hier Höwedes, 72 Tempo, 38 Schuss, 67 Passen, 55 Dribbling, 85 Abwehr, 81 Kopfball. Hier ist jetzt mein absoluter Lieblingsverteidiger, Christian Panda. Er hat einen wunderbaren Freistoß, wenn man darüber... Okay, ich zeige es euch. Abschließen. Ich weiß jetzt nicht, ob es angezeigt wird. Ne. Wird nicht angezeigt. Da Attribute, da kann man es nochmal sehen. Ich habe hier noch ein bisschen, 71 Tempo, 65 Schuss, 79 Passen, 73 Dribbling, 75 Abwehr und 71 Kopfball. Hier im mittleren ZM habe ich Gundogan, 84 Tempo, 72 Schießen, 80 Passen, 75, 85 Dribbling, Abwehr 67 und Kopfball 66. In dem... In dem... Komm schon. Da haben wir... Da habe ich Rudi genommen. Ja. Vom... Also hier hat er Tempo, 70 Schießen, 69 Passen, 75 Dribbling, 75 Abwehr 70 und Kopfball 62. Hier haben wir Gäntner, Tempo 70, Schießen 68, Passen 76, Dribbling 71, Abwehr 74 und Kopfball 72. Hier fangen wir eigentlich schon an mit allgemeinem Stürmer. Und hier habe ich Götze. Ähm... Er ist ein recht guter. Also den habe ich mir von neuem erst geholt. Ähm... Weil ich... fand... Gommes im MS nicht so gut wie Götze, weil hier Götze hat... Wo steht denn das jetzt? Wenn es mich nicht täuscht... Hat er glaub vier oder... Ich glaub fünf Sterne Tricks, äh... Fünf Sterne Skills. Oder vier waren es? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm... Er hat... Eigentlich recht gute Werte. 82 Tempo, Schießen 71, Passen 79, Dribbling 89, Abwehr 51 und Kopfball 59. Dies ist ein Nachteil, weil er so klein ist. Im linken Sturm... Jetzt kommt schon einem etwas teuren Spieler zu. Reus. Dafür habe ich... Jetzt bin ich nicht täuscht... 5000... Ne... 8000 gezahlt. Ja... Kommt so hin. 90 Tempo, Schießen 84. Ähm... 74 Dribbling, 84 Tempo. Äh... Quatsch. 84 Dribbling, 46 Abwehr und 70 Kopf... 60 Kopfball. Entschuldigung für die Sprachfehler. Und hier, als letztes, haben wir S-Wein. Ähm... Er hat eigentlich genauso schnell wie Reus. Bloß, dass er die anderen Seite ein bisschen schlechter hat. Hier haben wir die Vergleichsarten. Bloß im Kopfball ist S-Wein besser. Ähm... S-Wein hat 70 Tempo. Äh... 90 Tempo. Schießen 70. Passen 67. Dribbling 75. Abwehr 42. Und Kopfball 73. So. Ähm... Es war mein Team. Ähm... Wie ihr seht, ist alles nur aus Bundesliga. Sprechen wir mal. Und... Ich kann euch mal schnell zeigen, dass ich am Anfang... Hier. Gomez. Das hatte ich vorher in... Wie ist... Er geht auf jeden Fall noch... Ungefähr eine Stunde. Äh... Ungefähr zwei Stunden noch. Und... Auswahlteams. So. Hier ist mein Bundesligateam. Ach quatsch nicht. Abbrechen. Da. Mein Bundesligateam. Ich kann auch hier mal schnell zeigen, wie mein... Anderes Team nun mal aussieht. Hab die zwar schon in... Hab ich zwar in einem anderen Part schon rausgebracht. Aber hier kann ich es ja nun mal zeigen. Ähm... Hier hat es eigentlich nicht nur... Die Verbindung. Die finde ich zwar nicht scheiße. Aber egal. Ähm... Äh... Wie heißt's? Die... Das Team ist eigentlich... Na ja. Nicht gegen den. So. Das Team ist eigentlich auch recht gut. Hat 5 Sterne Bewertung. 84 insgesamt. Und Chemie 100. Ich hab den genommen, weil ich am meisten Spanier hab. Hier. 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 So. Und dann hab ich noch... Wen hab ich noch? Die Marie, gell? Ja. Die Marie ist noch in dem... Team drinne. Ähm... So. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich gern über eure... Über Kommentare und so Bewertungen freuen. Ganz hab ich für 3 gekauft. Warte mal. Ach nicht. Hier hab ich die Position von MS2ST. Von Ding. Und 700 für Ding bezahlt. Für Gomez und Esswein. Also ich hoffe euch hat's gefallen. Und... Jo Leute heute rein. Euer Gaming Befehl.